Herzlich Willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Roger. Ich bin ja immer auf der Suche nach weiteren Einkommensströmen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, um sich die Geldbörse aufzubessern und ich habe da schon vor einem halben Jahr das erste Mal davon gehört und habe da jetzt wieder was gefunden bzw. wiedergefunden, wo ich jetzt sage, okay, ich nehme mal 100 Euro in die Hand und investiere dann dort. Ihr wisst, mein YouTube-Kanal ist mein Tagebuch in der Finanzwelt beim Investieren in die verschiedensten Anlageformen und bereits letztes Jahr im Dezember habe ich von Global Rockstar gehört. Global Rockstar ist mittlerweile einer der Top-Plattenlabel in Österreich. Es gibt noch viele weitere, sind jetzt nicht in den Top 10, aber unter den Top-Plattenlabel in Österreich und dort hat man die Möglichkeit bereits ab 10 Euro in einzelne Songs, Künstler zu investieren bzw. auch in ein ganzes Album. Ich habe das schon das erste Mal letztes Jahr im Dezember, kann auch im Januar gewesen sein, davon gehört. Der Artikel hier ist jetzt vom 10. Dezember 2020. Die Seite gibt es mittlerweile schon über ein Jahr. Kann auch gut sein, dass der ein oder andere von euch schon kennt. Und zwar hat man hier halt die Möglichkeit, dass man halt 70 Jahre an den Umsätzen dieser Songs partizipieren kann. Und mittlerweile in diesem Jahr oder über ein Jahr, wo es das Unternehmen mittlerweile gibt oder diese Investitionsmöglichkeit würde ich es jetzt einfach mal nennen, wurden zum Beispiel auch schon Titel hunderttausendmal gestreamt, liefen schon in Sat.1 bei ProSieben. Man sieht es halt hier auf der Webseite, wenn man halt hier guckt, hier ORF ProSieben, Sat.1, der Michael Russ, habe ich sogar schon gehört. Antenne, Pulse, Spotify. Und es geht ja halt immer weiter und weiter in das Streaming-Geschäft. Ob jetzt Spotify, iTunes, das Ganze ist nicht mehr wegzudenken. Und ich finde das eigentlich, die Idee dahinter, finde ich absolut mega. Also ich, dass man halt auch wirklich sagt, okay, man hat die Möglichkeit, erstens mal Künstler zu unterstützen und dann vor allem Ding halt auch dann daran, mit diesem Erfolg daran teilzuhaben. Ich will euch das jetzt mal ganz kurz zeigen. Nicht jetzt bis ins kleinste Detail, man muss das jetzt abwarten. Ich habe jetzt, wie gesagt, mal 100 Euro in die Hand genommen. Und zwar, wenn man auf die Investorenseite drauf geht, gibt es ein Stück weiter unterhalb, gibt es dort eine häufig gestellte Frage. Kommen wir jetzt zuallererst zum Risiko. Und zwar ist es so, es ist natürlich nicht gesagt, dass ein Titel oder ein Song, in den ihr investiert, ein Hit wird. Euer Gelder werden zum Beispiel genommen, Aufnahmen im Tonstudio, PR, Social Media, Marketing zum großen Teil. Das könnt ihr euch hier auch alles nochmal durchlesen. Und dann gibt es halt auch, wenn man halt schaut, wie hoch der Umsatz ist, der durchschnittliche Brutto-Umsatz pro Stream von jedem Zweck variiert zwischen 0,0024 und 0,012 Cent. Das ist aber abhängig halt auf die Streaming-Plattform, ob jetzt Spotify, iTunes, dann gibt es noch ein paar andere. Und dann werden halt zum Beispiel auch, zum Beispiel Tidal und Napster werden alle sechs bis neun Monate kommen nochmal Nachzahlungen. Die bekommt man dann auch gut geschrieben. Und ihr könnt euch auf der Seite, könnt ihr euch diese ganzen Künstler halt hier durchgucken, anschauen. Alle. Und dann seht ihr halt auch noch, was noch offen ist. Das seht ihr auf jeden Fall. Und dann gibt es halt hier aber auch Headliners. Das sind so die größten Künstler, die halt auch bereits schon Songs über Global Voxler veröffentlicht haben. Und jetzt halt für den nächsten Song auch weiteren Support suchen. Dann gibt es aber halt auch, wie ihr hier seht, Sold Out. Das heißt, hier könnt ihr nicht mehr investieren. Das ist jetzt, das läuft jetzt aus. Und ihr seht hier unten auch immer 71 Days to go. Das heißt, 71 Tage hat man Möglichkeit, das Ziel zu erfüllen. Jetzt kommt natürlich direkt die nächste Frage. Was ist, wenn das Ziel oder das Investitionsziel, man kann es halt auch mit Crowdfund, Vergleichen nicht erfüllt wird. Ich will es euch gleich mal zeigen. Und zwar habe ich, das ist die E-Mail, die ich bekommen habe, nachdem ich jetzt investiert habe. Da steht in der Künstler, der Song, wie viele Anteile ich habe. Zwei Prozent. Investierter Betrag sind 100 Euro. Wie lange meine Rechte gültig sind, wenn es zu einer Veröffentlichung kommt. Und dann steht aber auch in der E-Mail ganz gerade drin. Sollte das Ziel nicht erreicht werden, wird die von Global Rockstar nicht produziert, ja wird der Künstler, sie schreiben halt Opportunity, von Global Rockstar nicht produziert werden. In diesem Fall werden wir dein Investment unverzüglich zurück überweisen. Zurück überweisen bedeutet dann halt, man überweist das zurück in mein Dashboard. Man sieht jetzt halt hier, wenn ich hier oben drin bin, gehe jetzt hier oben auf mein Dashboard. Seht man halt, hier bin ich jetzt investiert. Das läuft jetzt 21 Tage noch. Und dann kann ich auch hier nochmal in meine Investments schauen. Und wenn es dann halt veröffentlicht wird, kann ich hier mir auch die Dokumente herunterladen. Das steht auch im Detail nochmal in der E-Mail drin. Sobald das Investment zu Ende ist, werden wir dich umgehend per E-Mail informieren. Die Laufzeit ist auf der Seite der Opportunity zu sehen. Bei erfolgreichem Funding erhältst du dann dein Genussrechtszertifikaten, deine Genussrechtsvereinbarung per E-Mail. Das heißt, dass man ganz klare Nachweis hat, dass man halt Rechte an diesem Song erworben hat. Die ersten Umsätze, auch direkt als Hinweis, lassen sich drei bis vier Monate nach dem Release im Dashboard deines Accounts finden. Danach werden die Erlöse monatlich gemäß des Erfolgs der Nummer des Songs ausgeschüttet. Und dann danke für deinen Glauben an die Musik. Also ich finde die Idee mega. Wirklich mega. Ich würde euch auch gerne, also ich werde euch den Song auch mal unten verlinken. Das ist keine Aufforderung zum Investieren. Ich bin jetzt dort investiert. Ich will aber den jetzt nicht hier im Video vorlaufen lassen, weil ich einfach keinen Stress mit YouTube bekommen will. Man möge es mir verzeihen. Und maximal kann man 2500 Euro jetzt zum Beispiel in diesen Song investieren. Und das geht schon bei 0,1% los. Da sind es 5 Euro. Hier sind es 10 Euro. 1% wären 50 Euro. Dann könnt ihr hier aber auch wählen, zum Beispiel wie ich es gemacht habe, 2%. Dann wären es 100 Euro. Man sollte halt auch wirklich nicht nur von seinem eigenen Musikgeschmack ausgehen, sondern halt, ich sage jetzt mal so, ich würde auch in die Kastelroter Spatzen investieren. Also auch wenn ich selber die Kastelroter Spatzen zum Beispiel nicht höre. Da muss man das Ganze halt wirklich aus Investorensicht sehen, die Songs anhören, auch mal gucken halt, wie viele Leute bereits dort investiert sind, aus welchem Land der Song kommt. Also hier ist Österreich oder der Künstler. Hier ist Deutschland. Und ja, ich werde euch den Beitrag hier auch noch mal auch ebenfalls unten in die Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr euch das auch mal durchlesen. Regelmäßig haben sie ihre Songs in den Ö3-Charts. Hitradio Ö3. Also ich weiß ja, hier sind ja einige Mitglieder in der Community aus Österreich. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob diese Ö3-Charts repräsentativ sind. Also das würde mich mal interessieren. Dann gibt es auch noch von Global Rockstar auch noch einen YouTube-Kanal mit 22.700 Abonnenten. Und ich muss halt sagen, der Gründer von Global Rockstar hat sich halt einfach auf die Fahne geschrieben, neue Künstler auch zu unterstützen, zu supporten. Er selber, großer Veranstalter, hat schon viele Platten von Künstlern veröffentlicht. Man kann hier auf der Seite, also in diesem Beitrag kann man einiges über den Christoph Straub nachlesen, was er schon gemacht hat. Also das ist jetzt kein, sag ich mal, Greenhorn in der Musikbranche. Und aber denkt bitte dran, der Beitrag ist jetzt halt schon vom Dezember 2020. Aber ich habe das immer mal wieder mal drauf geguckt, aber dann habe ich es auch wieder verworfen, bin da nicht, habe da nicht dran gedacht. Das erste Mal wurde ich aufmerksam halt auch durch die österreichische Seite brotkasten.com. Könnt ihr euch auch mal speichern. Da erfährt ihr regelmäßig was über die Startup-Welt in Österreich. Ich muss halt auch wirklich sagen, mittlerweile entwickle ich mich so im richtigen Österreich-Fan nicht, da ich nur in der Telegram-Gruppe drin bin, in Sachen Bitpanda mit, ich glaube mittlerweile sind wir zehn oder 15 Leute, wobei nur zwei Leute aus Deutschland kommen. Ich bin einer davon, der Rest kommt alles aus Österreich. Und ich muss halt auch sagen, in Sachen Startup scheint Österreich einiges, in Anführungszeichen, besser zu machen als hier in Deutschland. Also ich kenne zum Beispiel solche Ideen, wie das hier, kenne ich zum Beispiel aus Deutschland gar nicht. Ich will gerade sagen, dass es in Deutschland keine Startup-Community gibt, aber man wird unheimlich schlecht als End-Investor nicht drauf hingewiesen oder darauf aufmerksam gemacht oder man will einfach den kleinen Investor will man eigentlich gar nicht haben. Kann auch möglich sein. So bin ich zum Beispiel halt auch noch ganz kurz am Rande über Brotkasten hier aufmerksam geworden auf eLoop1. Wenn ich dort sollte was machen, werde ich es euch auch vorstellen. Und zwar verkaufen die regelmäßig Token und damit beteiligt man sich an der Carsharing-Flotte in Wien. Die haben mehrere Elektroautos, E-Cars laufen in Form von einem Carsharing und mit jeder Fahrt, die dort ein Kunde macht, bekommt man halt, je nachdem wie viel Token man halt besitzt, bekommt man dann dort auch eine Vergütung. Auch wieder Startup Österreich, Unternehmen aus Österreich und ja, also da muss ich wirklich sagen, Österreich, Chapeau, die machen da wirklich einen guten Job. Ihr könnt auch bedenkenlos auch direkt als Hinweis meinem Link unten in der Videobeschreibung folgen. Es ist kein Affiliate-Link, Global Rocksler bietet da auch nichts an. Ihr wisst aber halt auch, dass ich dahingehend jetzt nicht davon abhängig mache, ob ich euch jetzt ein Unternehmen oder irgendwas vorstelle. Ich selber bin investiert. Also das schon mal nochmal kurz als Hinweis. Gehen wir nochmal kurz auf das Dashboard drauf. Also ich bin jetzt mit 100 Euro hier investiert. Wenn ich hier auf mein Investments gehe, sieht man es hier. Beziehungsweise gehen wir hier auf Transaktionen und dann sieht man es halt hier. Also ich bin jetzt mit 100 Euro dort investiert. Hier noch kurz, ihr könnt sofort investieren, nachdem ihr euch registriert habt. Ihr müsst allerdings noch die Verifizierung machen und das Ganze wird dann halt geprüft. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wo das war. Genau, wenn ihr wollt, abbuchen. Und zwar hier. Und dann steht dann hier, meine Identität wird jetzt aktuell geprüft. Ich habe das für Mittag erst in die Wege geleitet. Man lädt einfach ein Foto von seinem Personalausweis oder von seinem Reisepass hoch, vorder und Rückseite. Und dann bekommt man halt Bescheid. Aber wann es jetzt halt die ersten Gelder gibt, das wird, also erstmal jetzt abwarten, in 21 Tagen. Ich glaube 21 Tage war es jetzt. Gehen wir nochmal ein Stück nach unten. Wo sehen wir es denn jetzt? Genau, hier. Ja, so. Hier sieht man es. 21 Tage. Was lange wird, wird endlich gut. Und dann drei, vier Monate später, sofern das hier jetzt halt erfüllt wird. Ich werde, wenn da es jetzt was Neues gibt, werde ich euch im Rahmen vom Depot-Update, werde ich euch davon berichten, in drei, vier Monaten. Dann halt auch berichten, wenn die ersten Einnahmen gekommen sind. Dann würde ich mir auch Gedanken machen, wie ich das Ganze im Portfolio-Performance abbilde. Und ihr könnt euch ja gerne mal den Song anhören. Wie er den findet, ich finde den klasse. Ist so ein richtiger Festival-Song. So Elektro-Festival-Song, würde ich mal sagen. Und ja, falls ihr Fragen habt, Anregungen oder vielleicht kennt ihr sogar Global Rockstar, könnt ihr mal gerne eure Erfahrungen in die Videobeschreibung schreiben. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und vor allen Dingen auch mal eure Meinung, was ihr von dieser Idee haltet. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.